Hey Leute, mein Name ist EpicSan und heute spielen wir eine weitere sehr sehr seltsame Map. Die letzte Map kam mir sehr sehr gut bei euch an und wenn euch das hier auch gefällt, dann lasst du einfach mal einen Daumen hoch und ein Abo, da würde mich sehr sehr freuen. Und wir starten jetzt hier am Singleplayer, wir sind in der ganz normalen Minecraft Version 1.8. Und ich habe eine Map gefunden, die wurde am 15.03.2010 das letzte Mal geöffnet, um 1 Uhr nachts tatsächlich, im Survival-Modus. Und die Map heißt einfach nur Freizeitpark und irgendwas in Russisch. Und auf dieser Map soll es Herobrine geben und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in die Map rein und werden mal schauen, ob wir ihn finden. Okay, und wir gehen jetzt hier in die Welt rein und in diesem Freizeitpark soll tatsächlich Herobrine sein. Ich bin sehr gespannt, ich bin hier im Singleplayer, wir sind auch ausgerüstet mit einer Eisenrüstung, mit einem Steinschwert und einer Stone Pickaxe. Okay, ein bisschen was zu essen und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in den Freizeitpark rein. Oh, what the fuck, okay, das fängt schon krass an und ist echt sehr sehr unheimlich, Leute. Der Herobrine soll hier irgendwo in dem Freizeitpark rumlaufen, er ist irgendein verlassener Freizeitpark. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich war hier echt noch nie, Leute, ich habe mir die Map noch nicht angeschaut. Oh shit, okay, es ist echt relativ dunkel. Und ich gehe jetzt einfach mal... Alter, was ist das mit dem Blitzen, okay. Und ich gehe einfach mal hier weiter. Okay, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Sieht eigentlich richtig schön aus, der Freizeitpark. Also tagsüber würde ich hier echt gerne hingehen. Aber hier so bei Nacht ist es mir echt sehr sehr unheimlich, okay. Soll ich mal hier weitergehen? Ich glaube, hier ist es ganz gut. Ist noch so ein kleines Häuschen. Hier ist ein Mülleimer, okay. Oh mein Gott, Leute, ich zitter echt richtig. Ich habe richtig Angst hier nachts. Ich hole mal lieber... Alter, die ganzen Blitze, was ist denn hier los? Ich nehme mal lieber eine Schwerse in die Hand. Da hätten wir auch schon eine Achterbahn. Also eigentlich sieht der Freizeitpark echt schön aus. Aber hier so mitten in der Nacht, ganz alleine. Und vor allem, wenn man weiß, dass hier Herobrine sein soll. Oh Gott, Leute. Irgendwo hier ist Herobrine. Wenn der mich jetzt so erschreckt oder so, das wäre richtig kacke. Okay, was haben wir hier? Wir haben so ein Karussel. Ist das ein Karussel? Ich glaube schon. Oh, oh, oh. What? Was ist das denn? Alter, Leute. Was passiert denn hier in diesem Freizeitpark? Oh mein Gott. Irgendwo ist Herobrine. Die ganze Zeit kommen Blitze runter. Und dann dieser komische Fisch. Oh mein Gott. Okay, ich gehe jetzt hier weiter. Okay, was haben wir hier? Wir haben so einen Aufgang. Oh, oh. What the fuck? Oh, what the fuck? Was ist das, Leute? Oh mein Gott. Das ist Herobrine. Das ist... Oh Gott, das ist Herobrine. Oh Gott, oh Gott. Okay. Oh Gott, er verfolgt mich. Ich renne weg. Ich renne weg. Ich renne weg. Oh mein Gott. Ist er noch da? Nein. Oh shit, Leute. War das gerade Herobrine? Ich glaube, das war gerade echt Herobrine, der mich da verfolgt hat. Ich hoffe, Herobrine kommt jetzt nicht nochmal. Ich werde mir auf jeden Fall den Freizeitpark noch ein bisschen mehr anschauen. Das ist echt sehr, sehr creepy hier. Oh shit, Leute. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Achterbahn. Ich werde jetzt mal hier hingehen. Mal schauen, was hier ist. Und ich hoffe, dass mich Herobrine nicht wieder erschreckt. Ich schaue die ganze Zeit in die Bäume. Oh mein Gott. Alter, diese Fische, die machen mich echt noch fertig. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir noch mehr Achterbahnen. Wir können mal hier hinten lang gehen kurz. Mal schauen, was es dort gibt. Was ist das? Ist das ein Zelt oder sowas? Ich glaube schon. Oh. Alter, diese Blitze auf allen die ganze Zeit. Okay, ja, hier haben wir eine kleine freie Fläche. Oh, ich habe so Angst, Leute, dass Herobrine irgendwo steht und mich irgendwo erschreckt. Okay. Was? Kann man hier reingehen? Nee, okay. Oh Gott, Leute. Hoffentlich kommt Herobrine nicht. Hoffentlich erschreckt er mich nicht. Was haben wir hier? Ja, stimmt. Oh, das sieht echt gut aus. Und hier haben wir eine Achterbahn. Okay. Damit will ich auch fahren. Das wäre auch cool. Okay, ich gehe erstmal aber noch hier hinten lang. Hier haben wir so eine Wasserbahn. Okay. Aber Herobrine? Nee, ich sehe keinen Herobrine. Okay. Wir haben hier eine Wasserbahn. Ich werde jetzt aber mal da hinten in die Achterbahn, glaube ich, reingehen. Und es blitzt einfach die ganze Zeit. Was haben wir hier? Okay. Ja, gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall da hinten in die Achterbahn mal reingehen. Und mal schauen, was dort passiert. Also, ich hoffe, dass dort nichts passiert. Sieht aber sehr interessant aus, die Achterbahn hier tatsächlich. Okay, ich glaube, wie... Da hinten kommt mal, glaube ich, rein. Ich werde mal hier lang gehen. Ja, ja, ja. Ich glaube, da hinten kommt mal rein. Ja, hier ist der Eingang. Okay, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach hoch. Und dann gehen wir hier. Und dann fahren wir hier eine Runde Achterbahn. Oh, Mann. Oh, what the fuck, Leute. What the fuck, das ist Herobrine. Oh, mein Gott. Habt ihr die gesehen? Oh, mein Gott. Okay, okay. Ich gehe rein, ich gehe rein. Okay, okay. Leute. Oh, mein Gott. Habt ihr Herobrine gesehen? Oh, mein Gott. Okay, ich rush hier rein. Okay, go, go, go. Oh, mein Gott, Leute. Okay, wir fahren jetzt mit der Achterbahn. Okay, fahren wir hier gleich hoch? Ich glaube schon. Oh, cool. Oh, what? Wir haben hier einen freien Fall mit der Achterbahn. Das ist ja nice. Und hier können wir weiterfahren. Und es blitzt einfach sogar auf der Achterbahn. Oh, mein Gott, Leute. Habt ihr gerade eben Herobrine gesehen? Das sah ja so creepy aus. What the fuck? Okay, hier können wir einfach eine ganz entspannte Runde in der Achterbahn fahren. Ich hoffe, dass Herobrine jetzt nicht mehr auftaucht. Weil hier kann ich nicht von ihm fliehen. Hier bin ich gefangen auf der Achterbahn. Oh, mein Gott. Okay, aber eigentlich ist es jetzt gerade ganz entspannt. Herobrine sehe ich nicht mehr. Der war gerade eben bei der Achterbahn einfach. Oh, mein Gott. Aber hier ist es jetzt ganz entspannt. Ne, bis jetzt sehe ich niemanden mehr. Aber gerade eben bei Herobrine, der hätte mich fast erwischt, wenn ich mich nicht umgedreht hätte. So, aber die Fahrt ist eigentlich sehr entspannt hier. Wir setzen auch keine Vorfälle. Und ich glaube, da hinten fahren wir wieder ins Haus rein. Kann das sein? Oder da fahren wir nochmal hoch? Ich glaube schon. Ja, hier geht es auf jeden Fall nochmal hoch. Und ich glaube, hier ist gleich die Achterbahn zu Ende. Okay, und hier fahren wir langsam wieder runter. Ja. Oh, shit. Oh, shit, Leute. Wenn jetzt irgendwas kommt, ich würde mich ja so hart erschrecken. Okay. Herobrine ist nicht mehr da. Gerade eben war er da. Wow. Alter. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Oh, mein Gott, die Blitze. Aua, Alter, du Scheiße. Oh, mein Gott. What the fuck? WTF? Ah, Leute, ich habe meine Maus weggeschmissen. Oh, mein Gott. Leute. Ich habe meine Maus weggeschmissen. Ach, du Scheiße. Was hat Herobrine und da wieder gemacht? Oh, shit, Leute. Die Map macht mich fertig. Spielt niemals diese Map, Leute. Oh, wei. Ich zitter gerade die ganze... Ich zitter gerade an meiner ganzen Hand. Ach, du Scheiße. Das hat mich ja gerade richtig erschrocken. Oh, Mann. Ich habe richtig Angst vor Herobrine hier auf dieser Map. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, eine Achterbahn fahren wir noch auf dieser Map. Und das war gerade echt heftig mit Herobrine. Oh, Gott. Okay, ich würde sagen... Ich habe... Da hinten haben wir noch eine Achterbahn. Die werden wir noch fahren. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Was ist... Das hier sieht aber auch sehr, sehr interessant aus. Ich glaube, das ist nur so eine kleine Achterbahn im Kreis. Okay, ich werde da hinten die Achterbahn fahren. Oh, hier waren wir gerade eben. Hier sind uns ja hierherbein entgegengekommen. Oh, shit. Okay, okay. Hier waren... Ja, stimmt. Hier waren wir vorhin. Stimmt, stimmt. Von hier sind wir gekommen. Ja, hier war genau... Genau, genau. Hier waren die Karussells. Und hier, Alter. Wie creepy sieht das denn aus? Oh, wow, wow. What the fuck? Okay, okay. Wir gehen auf jeden Fall hier in die Achterbahn, würde ich sagen. Oh, mein Gott. Die ganzen... Die ganzen Skins, die hier stehen. Das sieht ja schon so creepy aus. Die sind Gräber auch. Oh, Gott. Okay, Leute. Okay, okay. Wir fahren die Achterbahn. Die fahren wir auf jeden Fall noch. Und hier stehen einfach überall... Diese Skins. Oh, mein Gott. Okay, wir gehen hier in die Achterbahn rein. Und wo geht's hier lang? Oh, shit. Das ist so creepy. Oh, shit. Okay. Und jetzt gehen wir hier durch. So. Zack, setzen uns hier rein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mit der Achterbahn. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung die geht. Ah, in die Richtung. Oh. Es wird dunkel, Leute. Oh, oh. Und dann geht's jetzt auch schon los. Oh, shit. Ich hab so Angst. What the fuck? War das... War das grad hier? Alter, okay. Ich hab Angst. Okay, what the fuck? Da war grad Hero-Brain, glaub ich. Habt ihr den gesehen? Oh, shit. Alter, warum war ich so ne Bahn? Oh, Gott. Auf so ne Hero-Brain-Map. Oh, shit, Leute. Okay. Oh, es geht endlich nach draußen. Zum Glück. Oh, mein Gott. Alter. Immer diese Fische. What the fuck? Oh, what the fuck? Das war cool gemacht. What the fuck, Leute. Ich glaube... War das grad Hero-Brain? Ich glaub, das war grad Hero-Brain. Oh, mein Gott. Okay, okay. Wir gehen hier schleunigst wieder raus. Ich würd sagen, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang von dieser... Von dieser Freizeitbank? Das war echt mehr als genug. Okay, hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Sehr, sehr gut. Ja, stimmt. Von hier kamen wir. Okay, okay. Und wir gehen jetzt einfach hier... Oh, shit, Leute. Wir gehen hier einfach raus. Oh, mein Gott. Okay, hier ist das große Tor. Hier kommen wir wieder raus. Äh, what the... Okay, what... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Leute. WTF. Okay. Oh, mein Gott. Okay, da kommt wieder so ein Fisch. Okay, okay, Leute. Ich bin hier raus. Ich verlasse jetzt auf jeden Fall die Map. So, Leute. Das war's jetzt auf jeden Fall von dieser Map. Sie war richtig, richtig creepy. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.